Hören Sie nun bitte die Nekoroschef und das Bürgerhausorchesterkollegium Musikum Felbert mit dem kleinen Rittenkonzert S. Nur von Leopold Kosche. Applaus 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 . 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 Amen. 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 Amen.